Hallo und seid mir ganz ganz herzlich willkommen zurück zu Barts Tale 4 Directors Cut. Und wie schon in der letzten Folge begrüße ich euch hier vor dem Elfenportal unmittelbar gegen den Kampf gegen Manga, der sich als äußerst zäh erwiesen hat. Da habe ich in der letzten Folge einiges aufgeführt. Wer es nicht gesehen hat, der kann es sich antun. Es ist wirklich sehr sehr lustig. Und ich habe dann die ganze Truppe umgestellt, habe zwei Zwerge dabei und habe die Jolina und die Green Lady umgeskillt. Und als wir in dem letzten Gefecht waren, das dann schon ein bisschen besser ging, habe ich festgestellt, dass ein Skill, den ich der Green Lady geben wollte, nämlich die Fähigkeit, wenn die Feinde Zauberpunkte bekommen, dass sie auch welche erhält, dass sie die offensichtlich irgendwie, habe ich vergessen, die zu skillen. Das habe ich jetzt nachgeholt. Bin ich jetzt ohne euch nochmal zurück nach Scarabré und habe die Green Lady so geskillt, dass sie jetzt die Zauberpunkte bekommt. Und dann ist mir in dem Kampf im letzten noch ein paar andere Sachen aufgefallen. Und zwar erstens mal hatten wir zu wenig Heilung dabei. Rotbart. Das wollte ich auch raustun, den Sturmangriff, den finde ich doof. Da gibt es den Rasierriemen für. Genau, und dann kriegst du Heilmittel. Hat man nämlich auch zu wenig dabei, Heilung. Und da könnte man eigentlich mal die Stärke geben, kleiner Drang der Macht. So, was hast du noch so für Skills? So, behäbige Schlag, der tut irgendwie nicht. Oder ich blick's immer nicht, keine Ahnung. So, dann wollte ich die Truppe noch umstellen. Und zwar wollte ich die Zwerge tauschen. Und Sybale bringen wir mal da rüber, dass wir hier bloß die Zwerge haben, weil da wird ja ständig betäubt. Okay. Und wie sieht's mit den Skills von der Green Lady aus? Was ist das hier? Versetzt alle Gegner eine Runde in Angst? Näh. Drachenodem. Nehmen wir doch lieber den Geistschlag, oder? Okay. Ich denke, so können wir jetzt uns erlauben, in den Kampf zu ziehen. Und wenn wir's diesmal nicht schaffen, dann gehen wir einfach noch ein bisschen ins BD-Flachland und leveln noch ein bisschen. Vielleicht kriegen wir noch bessere Ausrüstung. So, das überspringen wir jetzt aber. Jetzt hoffen wir, dass unsere Hauptakteure lange durchhalten. Totems beschwören. Blöden Mana-Totems, ehrlich. Der macht ganz schön Schaden, hey. Und ich mach jetzt die Rasierringen. Doch, doch. Sie sollen channeln. Runter mit der Rüstung. Und ich mach jetzt mal hierher. Oder hast du studiert? Du darfst das zu einer der Schönen. Hör auf. Ready for order? Here. Ready. Na gut, dann geben wir dir halt hier noch einen mit. Dann kriegen wir dieses Tod dann halt nicht. Und dann noch einen trinken. Sollte ich immer am Anfang machen. Und anzünden. Keine Ahnung, ob das was bringt. Ja, jetzt kriegen wir die Zauberpunkte. Sehr schön. Ja, Hauptsache, wir können weiter channeln. Ja, brenne, brenne. So, jetzt holen wir dir noch die Rüstung weg. Oh, hör auf zu quatschen, echt. Das ist viel zu spannend. Ah, Rasirin, mein Einderwild. Schwächen wir noch diese Dinger hier. Oh, mehr ist nicht. Das ist schade. Heil dich mal. Wende Hals. So, und jetzt? Hauen wir dir mal ein paar drauf. Ich will nicht nach hinten. Diese blöden Dinger müssen halt weg. Kann ich mir das erlauben? Ich versuch's einfach. 37. Du wirst geschützt. Okay, weitermachen. Wer schreit da so? Welche meiner Kämpferinnen hat hier... Nein, nein, nicht die Lady. Oh, scheiße. Gott, wie viele kriegt der? Das ist ja echt nicht zu glauben. Oh, halt doch die Klappe, Manga. Ehrlich. Wie lästig ist das denn? Geheil dich. Geheil dich. Ja, ich weiß, das ist jetzt doof. Ab in den Schatten. Du ziehst weiterhin diesen Deppen da auf dich. Ich trink noch mal einen. Und schütz den armen Wendehals, der jetzt ganz da vorne steht. Das reicht uns wieder nicht. Ich erwisch diese blöden Dinger da nicht. Komm, zurück. Nein, es ist ja auch tot. So ein Shit aber auch. Wer hat jetzt die meisten Skills? So, komm jetzt bitte ein paar kritische raushauen. Ich dachte, ich habe jetzt mehr Stärke. Also kann man sich täuschen. Ab in den Schatten. Oh, oh, ich glaube, das war es jetzt. Ja. Okay. Okay. Alles klar. Also ich denke, da müssen wir einfach noch ein bisschen leveln. Das reicht uns noch nicht. Aber das ist schon der richtige Weg. Es müsste bloß unsere Zauberin ein bisschen länger durchhalten. Ich denke mal, die Gruppe grundsätzlich passt eigentlich. So, jetzt sind natürlich unsere ganzen Änderungen, glaube ich, wieder weg. Genau. Du nimmst den Rasierriemen statt das. Ja, wenn wir jetzt nicht gegen Manga gehen, könnte man so klarkommen. Dann gehen wir jetzt nochmal, ihr Lieben, ins Bädi-Flachland. Und da waren ja auch noch so die einen oder anderen Feinde, die wir jetzt eventuell ganz gut schaffen könnten. Die geben vielleicht gutes Loot oder auch nicht. So. Genau. Bädi-Flachland-Tunnel. Genau, das ist die Stadt, wo wir Fiona geholt haben. Und da waren ja auch so ein paar recht kräftige Herren. Die da so rumstanden. Und können mal gucken, ob wir uns die greifen können. Weil die geben vielleicht gutes Loot. Und wir können ein bisschen leveln. Die waren schon gleich ganz in der Nähe von der Stadt. Da haben wir uns ja das letzte Mal so mehr oder minder klammheimlich drum herum geschlichen. Die gucken wir uns jetzt an. So. Da standen schon gleich welche. Ja, genau. Also gehen wir in den Schatten. Wendehals. Und dann greifen wir die uns. Mal gucken, ob wir mit denen klarkommen. Ja, die sind auch orange. Aber Manga-Weiß ist der echte Hammer. Oh, guckt euch das an. Mal gucken, ob wir mit denen klarkommen. Jetzt bin ich bereit. Das ist besser. Ja. 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 Komm, nimm den Rasierriemen. Trinken. So viele Zauberpunkte habe ich denn noch. Nicht mehr so viele. Dann gehen wir in die Meditation. Mach ich da schon Schaden? Können wir gleich sehen. Noch ein bisschen. Haben die da hinten Magier? Komm, Rasierriemen. Okay. Schatten. Du bist fixiert. Ja, brenn nur. Und du auch. Und du auch. So, und jetzt werden wir an eurer Rüstung arbeiten. Feier. Tschüss, Rüstung. Ich liebe es. Ja. Tschüss. Dich hole ich mir auch noch. Ach, ich bin ja doof. Komm, dann. Nein, nein. Nicht du. Nicht du. Da komm, Blut für Blut. Ach so, keine Zielen, Reichweite. Ah. Ist doch immer irgendwas, oder? Oh, komm, einen trinken. Ah, da ist was dran. So, komm schon. Das nützt euch alles nix. Das hab ich euch jetzt schon. Ich bin dran. Ich bin dran. Ah, love it. So, die Schammer. Und die Schammer auch gleich. Da hinten sind noch ein paar. Und das war's dann. Ah, wie die wegfliegen. Ein love it. Und, Beute? Oh, Buckelschild. Für den Kämpfer. Das ist doch mal was. Wo ist mein Kämpfer? Merlin? Ja. 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 Ja, wunderbar. Oh, das ist aber ein kleiner Schild. Um es mal so ehrlich zu sagen. So. Und natürlich gehen wir gleich mal speichern, damit wir wieder schön gesund sind. Und holen uns die nächsten Herren. Mal kurz gucken, hab ich meine beiden Gauner jetzt beide hier. Und vielleicht ein bisschen besser verteilen. Darfst mal hier rüber, Green Lady. Okay. Also dann holen wir uns die nächsten. Endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis, hey. Wohnt da wer? Nein, da wohnt niemand. Wohnt da wer? Da wohnt wer. Mal scannen. Ja, okay. Da sind Feinde. Also ab in den Shuttle. Holen wir uns die auch. Oh, sind viele. Und wieder orange, ne? Oh, Stufe 40. Was machen die? Okay, dann. Erstmal eine Runde Rüstung. Ich glaube, ich nehme einen Drink. Jolina nimmt auch einen. Ich glaube, ich muss nicht hören. So. Okay, drei reicht. Jetzt du mit 40. Das finde ich doch schon ein bisschen übertrieben. Komm. Ordres. Stopp their heathen spells. Ready. Ready for orders. Komm. Stopp them. Yes. Fine. Yeah. Einer geht noch. Oh. Oh. Komm mal, du zu mir. Jetzt haben wir ja ein besseres Schild. Kann noch irgendwer was? Du kannst in den Schatten gehen. Du bist mit dem Rasierriemen beschäftigt. Du hast nichts mehr. Also dann. Schmetternder Schlaggesang. Ja, schön. Ja, brennt alle schön. Hihi. Weg mit der Rüstung. Und ich gebe euch auch noch einen mit. Was kostet nix, gell? Ja dann, wenn's nix kostet, schmeiß mal mal so'n Ding. Komm dir, geh mal viel noch mit. Trinken. Okay, nächster Zug. Also ich weiß nicht, ob das so interessant ist, zuzugucken, wie es ist, das zu spielen. Ja genau, ich liebe diesen Konterer. Und tschüss. So, wende Hals. Wie viel Schaden mach ich da? 14. Bewege dich mal nach vorne. Komm, Green Lady. Tschüss. Und tschüss. Ah, super. Ach, da kann ich... Okay. Zu weit weg? Oh Gott, wer schreit denn da so schrecklich? Ich bin am zuhlen. I love it. Anja, was? Hier. Komm Winterhals, du darfst fertig machen. Juppie. Ach, und dafür gibt's nur Kohle? Sonst noch irgendwas? Da ist noch was. Entweites Vateriden-Relikt. Ist das dieser Typ da in der Abenteurer-Gilde, dem wir das zurückbringen sollen? Ich glaube, ja. Okay. Na, das läuft doch schon ganz gut. Da muss irgendwo ein Troll-Versteck sein. Okay, bevor wir uns mit denen anlegen, sollten wir speichern. Also, sprinten wir mal. Weiß nicht, ob wir jetzt in die Kneipe müssen zum Speichern. Wahrscheinlich. Nein, geht auch hier. Ja, wunderbar. Dann nehmen wir uns die nächsten vor. Alles nur, um zu leveln. Sonst kommen wir ja nicht weiter. Wo ist dieses Troll-Versteck? Manchmal sehe ich die Dinger, aber die gelben Zeichen nicht. Ich höre gar nicht zu. Wir gehen in den Schatten. Dann greifen wir uns die. Tada! Ah ja, das denkst du nur. Ich habe meine Geheimwaffe dabei. Green Lady. Die macht euch jetzt mal kurz die Rüstung weg. Erstmal die, die vorne stehen. Seien mal fixiert. Oh nein, komm her und sag das. Ja. Wahrscheinlich bräuchte man den Rasierriemeln gar nicht. Oh, ich muss mal gucken, wie viel Alkohol ich noch habe. Okay, ihr dürft. Ah shit, jetzt kommt der nach vorne. Weil, habe ich dich doch fixiert, hey. Mal gucken, ob wir Schaden machen. Na ja, ein bisschen mach mal. Ja. Hm. Komm, schmeiß denen so ein Drachen. Geil von Bombe rein. Hm. Zwölf, sechzehn. Hm. Komm, wir probieren es einfach mal. Na, immerhin. Wie viel Schaden machen wir damit? 21? Ah, schadet ja nix. Noch einen trinken. Dann schützen wir ihn. Musik ist Perversion von wegen. Na komm, die werden wir doch wohl kriegen, oder? So, na also. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Glaub ich schon. Ja. 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 Also dann. Schlag zu. Hihi. Da nützt du dein Schild, weil gar nix. Das kann ich dir aber versprechen. Whatever. Yes. Und tschüss. 13 Rasierriemen. Echt der Hammer. Und. Sybale kann aufsteigen. Oh Mann, hey. Da hinten sind noch welche. Ich glaube, dann sollten wir heilen gehen. Oh, da leuchtet noch ein Grünzeug. Nehmen wir natürlich mit. Da hinten leuchtet es auch noch. Oh, Heiltrank. Oder was immer das für ein Trank war. Die Kisten noch gar nicht aufgemacht. War ich hier noch nicht. Dann einmal rumgerannt. Da hinten leuchtet es auch noch. Okay. Ja dann. Her mit dem Kräutern. Da leuchtet es auch noch. Ja. Hey. Da noch was. Ob uns das Mütchen heilen kann. Bitte heilt uns. Ja super. Das tut. Hat die uns jetzt ganz aufgeheilt? Ja tatsächlich. Ja supi. Okay. Dann holen wir uns die Nächsten. Hier kann man auch Fremde speichern. Achso. Genau. Wir wollten aufsteigen. Sybale. Ich gebe dir noch ein bisschen Konstitution. oder bessere Rüstung. Was ist das da für eine? Schattenpulver. Kann ich dir jetzt eine bessere Rüstung geben? So. Naja. Hat nur nicht viel gebracht. Warte mal. Kann ich meinem anderen Gauner noch Stiefel geben? Ne. Da kann die nicht anziehen. Ja ist ja gut. Okay. Alles klar. Dann holen wir uns jetzt den. Oh. Da oben ist ein Haken. Ja dann. Klettern wir da mal hoch. Zack. Und hoffen auf fette Beute. Na. Mach schon. Kiste. Yes. Wow. Eisenholzturmschild. Wow. Euer Schild fügt Gegnern Schaden zu, wenn er durchbrochen wird. Ach ne. Komm. Das ist doch jetzt nicht wahr. Muss ich schon wieder verkaufen gehen. Das mache ich dann aber ohne euch, Leute. Kann ich es jetzt nehmen? Na also. Das wird meinem Kämpfer aber gefallen, dieses Schild. Wäre super. Ist zwar von den Werten her nicht so viel besser. Aber. Ist da auch einer? Ne. So. Dann holen wir uns die Nächsten. Ist da auch ein Haken? Ne. Da ist keiner. Schade. Holen wir uns die Nächsten. Und dann machen wir Schluss für heute. Was hast du denn? Zahin. Zahin. Komm schon. Ich hole euch jetzt. Ach. Solange ich einen ersten Schlag habe, ist alles gut. Komm, wir nehmen den Drink. Ich liebe es. Wie die durchgeschüttelt werden. Das finde ich so witzig. Nein. Komm. Schlag zu. Wie viel Flaschen habe ich noch? Och, 51. Das reicht uns erstmal. Oh, ich hab in den Schatten. Das vergesse ich immer. Dass die dann mehr Schaden machen. Tja, Rüstung zerfetzen. Und schon ist die Rüstung weg. So, jetzt ist Schluss mit Rüstung. Oh. Mal halt auch den falschen Drift. So, dich haben wir. Kostenloser Zug. Kostenloser Zug. Yes. Elf. 16. Mehr. Also dann. Wir sind dran, wir sind dran. Tada. Und tschüss. Yes. Das war, glaube ich, keine schlechte Idee, hierher zu kommen. Eichenhörz, Zauberstab. Da vorne ist das Reiseportal, das in der Nähe vom Dings war. Und da sind noch mehr. Dann sollten wir uns vielleicht doch heilen. Wo ist die Suppe? Und ich werde dann mal ohne euch ein bisschen was verkaufen, Leute. Brühe, habe ich nicht noch irgendwo Suppe? Süppchen, hallo. Ich sehe es nicht. Ach, diese blöde Tinte kann ich eigentlich mal weg machen. Ich glaube nicht, dass wir die noch brauchen. Und wenn, wissen wir ja, wo wir sie kriegen. Da war noch eine. Ich habe echt keine Suppe mehr. Machen wir uns mal welche. Eins, zwei, drei. Da ist sie. Okay. Dann machen wir die jetzt auch noch. Nein, die machen wir morgen, Leute. Beziehungsweise in der nächsten Folge. Genau. Weil sind wir schon wieder bei fast 40 Minuten. Ja, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder auch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.